Wir sind heute hier zum Finale von unserem AI Incubator und unsere zehn Teams präsentieren ihre finalen Pitches, die sie innerhalb von sechs Wochen erarbeitet haben. Wir wollen ein Produkt, das eine wertvolle Zeit für Doktor und Nürzer schafft. Warum ist dieser Prozess so kompliziert? Die Jury wird sie bewerten und wir werden im Anschluss dann fünf verschiedene Awards vergeben. Ist das wirklich ein Business-Modell? Ich weiß nicht. Flex und ich sind in Begründung. Sie haben es wirklich schwer gemacht. Sie haben einen guten Job gemacht. Aber wenn es funktioniert, dann wäre es ein Breakthrough. Es war ein hartes Rennen, es war sehr sehr knapp, aber wir haben eine Entscheidung treffen können. Das war toll, es hat Spaß gemacht. Viele Argumente, tolle Start-ups, gute Pitches. Und ich bin wirklich begeistert, wie viel Energie in den Teams ist. Wir erleben richtig viele tolle Menschen, die kreative Ideen haben und die Bock haben, was zu verändern. Wir erleben richtig viel Spaß gemacht. Es war eine große Erfahrung und es hat auch alle meine Erwartungen bekommen. Und die Trainer waren einfach toll. Die ganze Team war toll. Es war eine gute Erfahrung, mit allen mit ihnen zu arbeiten. Super authentisch. Also einfach wahnsinnig nette Leute, die einen wirklich gefördert, aber auch gefordert haben. Ganz coole Nummer. Wenn du etwas von der Herkunft hast, kannst du sicher sein. Und ich glaube, Cyber-Value provides die richtige Erfahrung für es.